Ahoi, dobro dano, jak se mate. Heute mal auf tschechisch. Ich habe ein paar Mails bekommen aus der Tschechei, wann man da mal so einen Börsentag machen kann. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Börsentag organisiert. Ich weiß nicht, wie das geht, wer das da machen sollte. Ich weiß nicht, in der Tschechei wird ziemlich viel gehandelt. Also ich sage ganz bewusst gehandelt, nicht gezockt. Das ist sehr diszipliniert da drüben. Und es freut mich, wenn da immer mal wieder Leute kommen, auch aus dem Ausland. Und liebe Leute, heute ist Samstag, der 2. März und wir haben 7.15 Uhr. Ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft. Vor euch liegt der DAX auf Wochensicht. Das ist ein ganz komisches Bild, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr schwierig. Gehen wir es mal durch. Wir sind in der Nähe des oberen Bandes. Das liegt bei 11.740. Wir haben die 200-Wochen-Linie überboten. An der sind wir letzte Woche hängen geblieben. Wir haben diesen Trend hier überboten. Die gleitenden Durchschnitte drehen hoch. MACD noch positiv. Oszillator noch positiv. Also von daher sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich habe hier eine Linie reingemacht. Das ist eine ganz alte, bekannte 11.700. Das hatten wir anfangs 2017 oft gesehen, haben dann mal aufgesetzt. Wann war das? Das war im April 2018. Und jetzt gehen wir von unten wieder ran. Also das ist eine historische Linie. Also von der Wochensicht, der sieht es gar nicht so schlecht aus. Bietet allerdings diesen Punkt hier als Widerstand. Um die 11.700. Gucken wir mal auf den Tag. So, jetzt sind wir hier ein bisschen näher dran. Eine Kerze, ein Tag. Das sind die gleichen Dinge, die vor eben. Hier ist also die 11.700 da. Ich habe das gestern auch im Chat gemerkt. So zwischen 11.670 und 11.700. Da kamen schon ein paar rein. Ich auch. Die gesagt haben, bis hier hin. Und vielleicht geht er da nicht weiter. Wir sind am oberen Band gewesen. Das ist also auch exakt, ziemlich genau 11.677 war das. Und dann machen wir zum Schluss so eine Kerze hier. Jetzt müssen Sie folgendes wissen. Das hier, diese Kurse hier, ist die Deutsche Bank Indikation. Wenn Sie sich diesen Kurs auf Xetra reinholen, haben Sie einen perfekten Shooting Star. Also wirklich perfekt. Das hier ist ein sogenannter Inverted Umbrella Doji. Ja, ein umgekehrter Regenschirm Doji. Sozusagen der kleine Bruder davon. Diese Kerzen sind ziemlich selten. Hier oben gab es mal eine. Und dann kam das in Folge. Ich möchte jetzt hier in den Markt nicht nach unten schreien. Aber ich sage nur, diese Dinger sind selten. Und sie haben den ganz großen Vorteil, dass Sie einem auch direkt den Stopp, und der ist also hier bei 11.677 mitliefern. Wenn Sie also hier Short gehen sollten, wissen Sie genau, wo Sie Ihren Short zu stoppen haben. Diese 11.700, die kommt auch noch von hier hin. Das war am 1.11. letzten Jahres. Also wie gesagt, das ist eine alte Bekannte. Jetzt sitze ich hier vor diesem Chart und vergleiche den mal mit dem Wochenchart. Die Bänder gehen ein wenig auf, verspricht insgesamt ein bisschen mehr Volatilität. Wobei ich eigentlich im Index bezogen die letzte Woche als eher, also ich war da kaum drin, ich war da dreimal drin, das war es im Index. Ich war viel mehr in Einzelwerten, da komme ich gleich zu. Ich tue mich schwer zu glauben, dass er das hier rausnimmt, die 11.700. Wir sind vom MACD her verglichen mit der Woche eher ein bisschen leichter. Wir haben zwar eine Rundung hier im Oszillator, aber noch kein bestätigtes Verkaufssignal. Das kommt unter 80, wenn hier die 80 erscheint. Jetzt haben wir ja noch einen Gap drin. Also ich habe das letzte Woche, vor der letzten Woche schon gesagt, ich kann den Markt nicht mehr kaufen hier oben. Also den Index selbst. Ich bin viel mehr in Einzelwerten drin. Ich halte es persönlich für deutlich einfacher, wenn so Werte wie Commerzbank, die Annelie, die Bayer aus so einer längeren Seitwärtsphase rausgehen, diesen Ausbruch zu handeln, ist für mich einfacher, als hier momentan im DAX rumzuspielen. Auch eine TUI fängt auf einmal auch wieder an, den Boden zu machen. Es ist deutlicher in Einzelwerten, als es das im Index ist. Irgendwie kommt mir das hier so vor, obwohl wir diesen längeren Downtrend gebrochen haben, obwohl wir also auch hier über dieses Zwischenlow gegangen sind. Da kommt kein Impuls rein, kein Momentum, kein Yeah, tschakka. Ist es nicht. Das ist mit Angst nach oben, so würde ich das mal formulieren. Das heißt, Angst nach oben, aber auch zu feige, um zu fallen. Der sucht eine Entscheidung, und die hat er immer noch nicht, obwohl wir deutlicher weg sind von dieser Geschichte hier, die hat er immer noch nicht getroffen. Deswegen, ich tue mich hier ein bisschen schwer für die nächste Woche. Mein Augenmerk wird definitiv auf den Einzelwerten liegen. Aber jetzt schauen wir uns mal ein paar Calls an, die Sie hier auf die Watchliste machen können. Für die hartgesottenen Unternehmen, die sagen, wir nehmen das Ding raus. Und wir gehen wenigstens auf die 200-Tage-Linie, also nochmal auf die 11.827. Da sehe ich überhaupt keinen Grund, hier unten irgendwo einen Schein zu suchen. Da kann ich hier relativ nah an das letzte Verlaufstief gehen, an diese 11.400. Das wäre dann sowas hier. Das ist ein 11.356er, da wäre am Montag wieder 11.358 sein, Schein von Goldman Sachs. Das ist die Kennnummer GA2PAG. Das Ding hat einen Riesenhebel. Warum soll ich mir dann hier unten eine Bar so, wenn ich wirklich davon überzeugt bin? Hat auch den Vorteil, ich bin relativ nah am Kurs. Das heißt, wenn er dann mit einer schnellen Bewegung nach unten macht, dann wird es nicht so viel kosten. Aber wie gesagt, das ist eine heiße Kiste. 41er Hebel momentan. Die Leute, die ein bisschen mehr Abstand haben wollen, da würde ich auch nicht gleich zu 11.000 raten, sondern nochmal hier drunter. Da sind wir also ganz grob bei 10.800. Da bietet sich sowas hier an. Das ist auch ein Open-End-Schein, auch von Goldman, mit der Basis 10.810. Ich runde leicht. Das wäre die GA1039. Da sind wir also hier unterhalb des Bandes, unterhalb des letzten größeren Zwischenlos. Der hat auch noch einen Hebel von 14. Das sind keine kleinen Optionen, muss man wirklich sagen. Jetzt kommen wir mal zum Put. Das wird eine heiße Geschichte. Ich bin der Meinung, wenn man jetzt einen Put nimmt und darauf spekuliert, dass wir entweder nochmal hier drauf aufsetzen oder vielleicht auf die 20-Tage-Linie, sollte man einen nehmen, der hinter dem 50er Retracement liegt. Oder zumindest hinter der 200-Tage-Linie oder auch gern dazwischen. Das heißt sowas wie 11.850. Und da bietet sich der Freund hier an. Ebenfalls ein Open-End-Schein von Goldman. 11.871. Da sind wir also hier ungefähr. Da braucht man schon ein bisschen Sicherheitsabstand. In diesem Fall ist das die GM6 ZRC. Das sind zumindest mal ein paar Scheine für die Watchlist. Ich bin im Moment unentschlossen. Nochmal, ich glaube, der ist zu feige, um zu steigen, aber auch zu faul, um zu fallen. Der ist in so einer Findungsphase. Ich ziehe mich da eher zurück auf die Einzelwerte. Ich sage das jedem Schüler an jedem Seminar. Wenn es nicht deutlich ist, Finger weg, weil die undeutlichen Trades das sind, die das Geld kosten. Und das ist blöd. Es gibt bessere Momente. Da ist einfach mal Geduld gefragt. Apropos Geduld. Wenn ich das jetzt alles richtig mache, muss jetzt hier oben irgendwo ein Kästchen drauf kommen, weil wir stehen kurz vor dem Börsentag in München am 30.03. Ich habe dafür so einen Minifilm gemacht, weil ich habe da Referenten geholt in meine Box im Adrium 4. Da bin ich echt stolz drauf. Da sind ja Leute dabei wie der Sebastian Bläser, Simon Betschinger, Edda Vogt, Mario Nüttemann, Wilan Staudt, Benjamin Feingold. Und das finde ich also, ist ein sehr gutes Programm geworden. Schauen Sie sich mal den Film an. Das dauert auch nur fünf Minuten, wenn ich das denn hinkriege. Und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.